Servus, ich bin's wieder, der Schäferlerskerch. So Freunde, alles ist rum. Der Sommer ist rum, die Karwaner sind rum, die Vater Karwa ist rum. War wieder schön, oder? Der Karwa-Zog ist rum. Was bleibt uns jetzt noch? Ein Karpfen mit einem Kniedler. Dem hau ich jetzt gleich so eine rein, das glaubst du fein gar nicht. Du spinnst doch wohl schon wieder komplett? Natürlich nicht, weil der geschissene Viech, der braucht ja auch kein Mensch. Ich wollt grad ansetzen und erzählen, dass die letzten Highlights, die letzten großen Events des Jahr, unser Glühweinkörper mit dem Mittelmal der Markt und die Altstadtweihnacht am Hochplatz sind. Und was gibt's dann auf dem Weihnachtsmarkt auf der Freiheit zu essen? Scheifele to go beim Delay. Und ein Karpfen. Also, jetzt rabbeln zwei kleinen Karton, gell? Wo soll's denn da bitte an Karpfen gehen? Gniedlers Gesicht, blöds. War der Viehspuren? Ich glaub, mein Schwein pfeift. Achso, Moment einmal, das geht ja irgendwie gar nicht, das wär ich ja dann selber, oder? Allmächt. Allmächtigst, na, ich glaub, ich hab grad einen Herstotz. Ein Viehspuren auf unserer Glühweinkörper. Ja, der verfeilte Menschheit ist ja wirklich nicht mehr aufzuhalten. Wenn das so weitergeht, dann gibt's irgendwann vielleicht auch nur ein Lepkom am Weihnachtsmarkt. Ach Gott, ach Gott, na, na.